Hallo, in dem heutigen Video werden wir das gleiche Format beibehalten, das wir auch in unseren Live-Sessions verwenden. Diese erfreuen sich besonders bei unseren Superfans großer Beliebtheit. Heute jedoch möchte ich, dass diese Live-Übertragung vorab aufgezeichnet wird, da ich euch einige Informationen geben möchte, während ich spreche. Dies wird euch helfen, zu verstehen, was mit dem kleinen Hund, den wir gestern gerettet haben, Lucy, geschehen ist. Lucy wurde in Sevilla gerettet, einem Ort, von dem die meisten unserer Hunde stammen. Warum kommen die meisten von ihnen aus Sevilla und dem Süden? Es liegt daran, dass es ein Gebiet des Landes ist, in dem Hunde traditionell viel schlechter behandelt werden. Und warum werden sie so viel schlechter behandelt? Es gibt eine Vielzahl von Gründen, darunter sozioökonomische, historische und die Tatsache, dass in diesem Gebiet des Landes eine Prävalenz von Jägern besteht, die mit Hunden jagen. Sie verwenden sie zur Hasenjagd, sie nutzen sie für den Sport. Es ist also ein sehr kompliziertes Gebiet, wenn man ein Hund ist, insbesondere wenn man auf dem Land lebt. Wie dem auch sei, es ist in diesem Kontext, dass wir Lucy gefunden haben. Lucy wurde auf der Straße neben einem Müllcontainer in einer Müllbox gefunden. Ihr habt es gestern gesehen. Ziemlich erstaunlich. Die Dame hat einfach die Box so gehoben und sie zu einer nahegelegenen Klinik gebracht. Und wir entdeckten, dass darin ein Hund war, der blind war und Schwierigkeiten beim Reagieren zeigte. Sie hatte wunderschöne blaue Augen, aber man konnte von Anfang an erkennen, dass sie blind war. Dieser kleine Hund war nicht nur blind, sondern auch völlig mit Flöhen und Zecken bedeckt. Als ihr dieses Video sah, sah ihr die Zecken. Ich bat mein Team, mehr Bilder von den Zecken zu zeigen, weil das wirklich beeindruckend ist. Aber sie wollten es nicht. Vielleicht, weil die Leute ein wenig zimperlich sein könnten. Sie war völlig mit Zecken und Flöhen bedeckt. Aber das war nicht das größte Problem. In dem Moment, als wir sie aus dem Müllcontainer kommen sahen, sahen wir etwas sehr Deutliches. Ihre Stirn war sehr erhöht und fast vertikal. Dies ist fast zu 100% ein Symptom dafür, dass etwas mit ihrem Gehirn nicht stimmt. Und wir haben bereits genug Fälle gesehen, um eine sehr schnelle Diagnose zu stellen. Hydrocephalus, Wasser auf dem Gehirn. Jetzt ist dies eine sehr grausame Bedingung. Sehr grausam. Jemand fragte im Video, wer das Wasser ins Gehirn gegeben hat. Niemand hat das getan. Niemand hat das getan. Dies ist eine Flüssigkeit. Dies ist eine Rückenmarkflüssigkeit, die im Inneren des Schädels austritt und dazu beiträgt, Druck auf das Gehirn auszuüben. Also das Gehirn ist da und macht seine Arbeit, aber es sammelt sich Flüssigkeit an der Seite an und übt Druck aus. Und das verursacht viele Probleme. Offensichtlich hat diese Flüssigkeit bereits Druck auf den Bereich des Gehirns ausgeübt, der die Sicht des Zytoplasmas reguliert. Deshalb ist sie blind. Sie ist nicht blind wegen eines Unfalls. Sie hat keine Augeninfektion. Sie ist blind wegen des Drucks, der durch diese Flüssigkeit auf das Gehirn ausgeübt wird. Nun, Hydrocephalus-Fälle sind sehr komplex zu behandeln. Und dies ist eine Bedingung, die auch bei Menschen auftritt. Vielleicht leiden Sie an Hydrocephalus. Vielleicht haben Sie ein Kind mit Hydrocephalus gesehen. Vielleicht kennen Sie jemanden und wissen, dass es eine sehr komplexe Bedingung zu behandeln ist. Sie wird normalerweise bei Menschen mit etwas behandelt, das als Schand bezeichnet wird. Eine Art kleines Rohr, das den Druck der Flüssigkeit im Gehirn entlastet und die Flüssigkeit in einen anderen Bereich des Körpers umleitet. Jetzt ist auch die komplexe chirurgische Ausrüstung schwierig zu finden. Es gibt sehr wenige Hunde, die jedes Jahr wegen Hydrocephalus operiert werden. Dies erfordert eine spezielle Technik und spezielle Ausbildung, um dies anzuwenden. Ich meine, es ist komplex. Es ist komplex. Die andere Lösung, es ist eine medikamentöse Behandlung, eine Kombination von Medikamenten, die nachweislich die Produktion dieser Flüssigkeit reduzieren und schließlich zu einer eventuellen Reduzierung des Drucks im Gehirn führen, der durch die Flüssigkeit verursacht wird. Und wir stehen vor dieser Situation. Es ist wirklich komplex. Auf der einen Seite ist die Operation komplex, riskant. Wir müssen eine spezielle Person finden, die dies mit einer spezifischen Ausbildung durchführen kann. Wir müssen die Ausrüstung speziell für einen Hund dieser Größe beschaffen. Und dann braucht sie im Grunde einen großartigen Neurologen. Und das ist es, was wir tun werden. Also, das ist die Phase, in der wir uns befinden. Was ich klarstellen wollte, und das ist etwas, das ihr gestern im Video wahrscheinlich nicht deutlich gesehen habt. Denn wenn ihr sie seht, ist sie ein so süßer Hund. Schöne blaue Augen. Wow. Sie ist so schön und so freundlich und alles. Was wir im Video nicht sehen können, ist, was passieren würde, wenn wir nichts täten. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Die Flüssigkeit wird sich weiter auf der Kopfhaut ansammeln. Sie wird weiter Druck auf das Gehirn ausüben. Sie wird das Gehirn immer mehr und mehr komprimieren. Schließlich wird sie einen Punkt erreichen, an dem Lucy anfangen wird, Krämpfe zu haben. Super schmerzhaft. Und schließlich wird sie sterben. Das ist die Grausamkeit dieses Falls. Es ist eine Kombination aus menschlicher Grausamkeit, indem man sie auf die Art und Weise, wie sie es getan haben, verlassen hat. Einen Hund in einem so schrecklichen Zustand einfach sich selbst überlassen hat. Ich meine, ihr wisst, was ihr passiert wäre? Der Müllwagen würde kommen und er würde sie im Müllwagen zerquetschen. Das wäre das gewesen. Das wäre Lucys Leben gewesen. Und das wäre Lucys Erinnerung gewesen. Und das war's. Ein weiterer Hund, zerquetscht in einem Müllwagen. Aber jetzt ist sie bei uns. Sie ist im Krankenhaus. Sie hat diese erstaunliche Möglichkeit, ein normales oder zumindest ein anständiges und schmerzfreies Leben zu führen. Es gibt viele Hunde da draußen mit Hydrocephalus, der durch Medikamente oder weil sie operiert wurden, kontrolliert wird. Und deshalb sind wir hier. Deshalb bin ich hier in dem heutigen Video. Deshalb sage ich euch, dass dies ein Hund ist, der es verdient zu leben. Dies ist ein Hund, der absolut keine Chance ohne Behandlung hat. Ohne Behandlung gebe ich ihr, weiß nicht, drei Monate, vier Monate maximal, bevor ihr Kopf zu einer völlig deformierten Version eines menschlichen Kopfes, eines Hundekopfes wird. Und bevor sie in Schmerzen stirbt und krampft. Aber wenn wir das tun, und wenn das Klicken das Klicken, lasst mich sprechen. Wenn wir das tun, hat Lucy eine Chance. Und deshalb bin ich hier. Ich bin hier, um euch zu ermutigen, zu spenden. Ich bin hier, um euch zu ermutigen, uns die Chance zu geben, ihr die Behandlung zu geben, die sie braucht. Bitte, wenn ihr spenden könnt, helft uns, Lucy zu retten. Sie wird ihr Leben lang blind sein. Daran können wir nichts ändern. Aber wir können ihr eine gute Lebensqualität in einer schönen Umgebung bieten, die unser Tierrettungszentrum, das große Haus ist. Vielen herzlichen Dank. Ich habe hier draußen eines dieser kleinen Dinger, das verrückte Geräusche macht. Spanien, Sommer. Das ist das, was passiert. Okay, nochmal von vorne. Oh Gott, das passiert in unseren Live-Sessions. Oder? Okay, hört ihr das? Es ist unglaublich. Also bitte spendet. Helft uns, Lucy zu retten. Sie braucht euch wirklich. Was auch immer wir tun, Operation oder medizinische Behandlung, Medikamente sind ihre einzige Chance. Helft uns, für das Leben zu bleiben. Vielen Dank. Wir sehen uns, wie wir sehen uns, wie wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020